Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem Ankündigungsvideo für TSW 5. Wir haben den Dovetail Direct hinter uns und es ist zu dem gekommen, was viele schon vermutet haben. TSW 5 ist in den Startlöchern und wir gehen das Ganze nach und nach durch. Ich muss an dieser Stelle eine Sache sagen, ich habe den Stream bisher noch nicht gesehen. Das Ganze ist vorab aufgenommen, einen Tag vorher. Dementsprechend seht es mir nach, wenn da eine Kleinigkeit vielleicht an Infos irgendwo fehlt. Aber im Großen und Ganzen sollte das eigentlich passen. Wir sehen auch schon hier, was besonders interessant ist, die neue Strecke, die für uns relevant sein wird. Frankfurt-Fulda, die Kinzig-Talbahn und zwar mit dem ICE-T Baureihe 411 ICE der dritten Generation wurde sich lange gewünscht, der Neigetechnik ICE. Mit dazu gibt es ebenfalls die DB BR 193 Vectron. Das heißt also, eine Verkehrsroute Vectron wird ebenfalls mitgeliefert. Eine Baureihe 423 wird mitgeliefert. Nur 146 und Dostos sowie die BR 114 als ebenfalls neue Lok. Es wird ein Repaint-Job sein. Und da bin ich mir ziemlich sicher, von der 112 oder 143, da wird sich jetzt nicht viel dran getan haben. Aber darum geht es auch gar nicht, sondern es geht hier, das ist der Star der Stunde, der ICE-Baureihe 411. Also endlich ein weiterer ICE, der es ins Spiel geschafft hat. Und in der Deluxe-Version gibt es auch noch den Flix-Train BR 193 Vectron mit den entsprechenden Flix-Train-Wagen. Dazu gleich mehr. Dann auch noch, und da werden wir aber kürzer drüber gehen, die San Bernardino-Line. Die Schlange auf der Roadmap stand, wird mitgeliefert für die USA und aus UK die West Coast Mainline London-Huston to Milton Keynes. Keynes, glaube ich, mit der Class 351 und die Converted Class 377-2 oder Slash-2 EMU. Bin ich tatsächlich letztens sogar selbst noch mitgefahren, wird mitgeliefert. Als neue Features, die im TSW 5 mit reinkommen, haben wir endlich eine Live-Map 2.0. Das heißt also, endlich die ganzen Tags und so weiter, die in der Karte gefehlt haben. Den Conductor-Mode, ein komplett neuer Spielmodus, bei dem wir Fahrkartenkontrolleuren jedem Passagierzug sein können. Zumindest, glaube ich, was den TSW 5-Inhalt angeht. Dann das Route-Hopping, das heißt also, dass wir im Grunde genommen bei zwei Strecken, die einen Punkt sich teilen, sowas wie zum Beispiel Wuppertal-Hagen und Hagen-Finntrop, dann kann man zwar nicht diese Strecken direkt verbinden, im Sinne von, dass man einfach rüberlaufen kann, man kann aber im Grunde genommen von der einen Strecke in die nächste hoppen, ich glaube mit einem kleinen Ladebildschirm. Also das funktioniert zum Beispiel. Dann Fast Travel, dass man im Grunde genommen einen Punkt auf der Karte auswählen kann und sich da einfach hin spawnen kann. Das Ganze geht schon über die God-Mode, jetzt wird das In-Game reingebracht und noch ein paar zusätzliche Features. Trainingscenter, Photo-Mode, Digital Display-Screens, Suspension-Improvements, das Ganze kommt da mit rein und wird auch noch verbessert. Wir schauen uns mal den Flix-Train an, BR-193 Vectron in diesem wundervollen Grün. Es sieht wirklich, wirklich schön aus mit zusätzlichen Intercity- bzw. eben Flix-Train-Fahrten zwischen Frankfurt und Fulda. Mit dazu die umgebauten, von Talbot umgebauten Personenwagen der Gattung B, ich habe es vergessen, welche Gattung es ist, aber ja, auf jeden Fall auch neue Personenwagen, auch mit den entsprechenden Türen. Diese Drehschwenktüren, die ja mitgeliefert sind, das ist ein komplett neues 3D-Modell. Das sind nicht die Intercity-Wagen, die hier einfach nur geupdatet worden sind, sondern das sind tatsächlich komplett neue Wagen und damit hätten wir einen weiteren neuen, ja, eine weitere neue Lizenz im Spiel, eine weitere neue Marke. Flix-Train, sehr, sehr cool, ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf, sogar mit dem Siemens-Branding hier, seht ihr das hier? Bin mal gespannt. Ja, genau, fährt auf Frankfurt-Fulda, wundervoll. Avanti West Coast Pendolino kommt mit dazu, ebenfalls kommt für die West Coast Mainline London nach Milton Keynes, wurde sich auch schon sehr gewünscht, absolut ikonisch. Es gibt eine 9- und 11-Wagen-Variante, die mit reinkommt und ja, ist schon in Realität über 300 Millionen Meilen gefahren, also ordentlich was. Auch übrigens mit Neigetechnik verbaut. Ja, nochmal zurück zur Kinzig-Talbahn, ein paar zusätzliche Informationen, also eine sehr, sehr gut, ja, befahrene Hauptstrecke Frankfurt, die, ja, mitunter vollste, der vollste Bahnhof Deutschlands, da fahren Züge ein und aus. Und da bin ich sehr gespannt, wie das Ganze dann aussehen wird, das Ganze via Hanau nach Fulda und eben zusätzlich in der Deluxe-Variante mit dem Vektron. Das Ganze sind 103 Kilometer, 24 Stationen und mit dazu geliefert, wie gesagt, Baurei 411, links sehen wir nochmal den ICET, 193 Vektron im Verkehrsrot, 423 für den S-Bahn-Verkehr und für den Regionalverkehr 146 und 114. 114 eben auch als neue Lok dann Dostos und der Dostos-Steuerwagen und, ja, Güterwagen, die kennen wir alle schon, nichts Neues. Hier noch eine Streckenkarte unten rechts, hier unten links, das ist Frankfurt und dann geht es da über diese Überwerfung einmal runter nach Fulda. Dann haben wir die San Bernardino-Line von Los Angeles nach San Bernardino, da werde ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Das besonders Interessante ist hier, dass, ich glaube, auf diesem Streckenabschnitt fährt der Zug im Grunde genommen in der Mitte der Autobahn, also praktisch auf einem Highway. Das werden wir uns sicherlich mal angucken, aber das gucken wir dann, wenn es released, genauso wie die West Coast Mainline. Ein Wunsch, ein großer Wunsch von der englischen Community und zwar zwischen London, Houston und Milton Keynes, unter anderem, ja, hier dieser Bereich, das ist alles London und dann geht es hier raus aus London bis nach Milton Keynes. Also ordentlich, auch eine richtig ordentliche Strecke mit 80 Kilometer. Mit dazu die BR-Clar 350, die 377, die Class 66 mal wieder und die FKA-Wagen und tatsächlich wird die London Underground 1972 MK II Stock mitgeliefert. Das heißt, man braucht nicht die Baker-Line, sondern das wird dann mitgeliefert. Hier noch ein Screenshot, den ich euch mitgebracht habe, eben von der Kinzig-Talbahn, aus dem Führerstand vom Vektron. Hier schon mal ein Work in Progress, alles, ne? Screenshot vom FlixTrain und wir sehen hier, oh, Flugzeug, interessant. Also sieht auch wirklich sehr schön aus. Hier können wir nochmal ein bisschen in die Wagen reinlünkern. Wir sehen auf jeden Fall, das Interieur ist schon angepasst. Da sehen wir hier zum Beispiel an diesem Werbeband von FlixTrain und auch die Decke, die ist ja so gewählt. Das sieht wundervoll aus, ich sage euch das. Ja, genau, hier auch nochmal ein bisschen Key-Art vom FlixTrain. Denn herrlich, herrlich, würde ich sagen. Freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Und vor allen Dingen, worauf ich mich freue, das ist dann jetzt ein Appell an euch. Wer sich den FlixTrain holt, bitte, jemand muss unbedingt da eine Intercity-Lackierung draus machen aus dem Wagen. Und dann könnte man die halt in den Intercity-Hintern 101 und den bisherigen Wagen anhängen. Und dann hätte man so einen richtig schönen, bunt durchmischten Intercity-Zug. So wie auch in Realität haben wir jetzt eine Wagengattung mehr. Also wirklich sehr, sehr cool. Dosto ist auch mit dabei. Und dann hier der Star der Stunde meines Erachtens, Baurei 411, hier mit Fernlichtern und ohne jemanden im Führerstand. Aber wie gesagt, Work in Progress nimmt das Ganze nicht zu ernst, was ihr gerade seht. Das Ganze ändert sich noch. Baurei 114 auch mit dabei. Ist im Grunde genommen ein Repaint-Job für die 112 oder 114. In Realität sind da auch keine riesigen Unterschiede. Und ich denke nicht, dass die Log von Grund auf überarbeitet sein wird. Aber darin würde ich mich persönlich gar nicht so sehr aufhalten. Wir brauchen halt irgendwas für den Regionalverkehr. Und 114 und Dostos fahren da auch in Realität. Also passt das ja auch so. Und auch hier wundervoll das Stellwerk von Frankfurt direkt gegenüber vom Hauptbahnhof. Da kann man sehr, sehr gut Trainspotten, würde ich mal behaupten. Und sehen, wie dann wirklich stündlich vermutlich Dutzende, wenn nicht sogar Hunderte Züge ein- und ausfahren. Bin mal sehr gespannt, wie das umgesetzt wird, wie das mit den Layern aussieht. Mal schauen. Also hier nochmal der ICET, der hier unterwegs ist. Der AD-Modell passt auf jeden Fall hervorragend. Da kann man nicht meckern. Hier auch ein Bild aus dem Führerstand heraus. Ja, sieht sehr stark aus wie der ICE 3, Baureihe 406, 403. Aber ist ja auch in der Realität so, da gibt es im Führerstand an sich keine extremst großen Unterschiede. Es sieht auf jeden Fall schon recht ähnlich aus. Nochmal ein Flixi, der hier auch nochmal unterwegs ist. Also sehr cool. Es wird auf jeden Fall bunter. Und genau, auch Vectron, dieser Vectron kommt übrigens ganz normal mit der Strecke mit hinzu. Der Flixtrain Vectron kommt mit der Deluxe Edition. Das heißt also, jeder von euch wird auch auf jeden Fall den Vectron im Güterverkehr dann haben können. Diejenigen, die sich den bisher noch nicht geholt haben, haben dann jetzt die Chance, dass er mitgeliefert wird. Und genau, das haben wir gerade schon gesehen. Die Übersicht mit den ganzen Strecken, die neu dazukommen. Dann, was ich persönlich auch sehr interessant finde, was uns danach erwartet. Nach TSV 5 kommen neue Strecken und zwar die MBTA Commuter von Farringham, beziehungsweise die Farringham-Werster-Werchester-Werster-Line. Dann gibt es einmal die Great Western Express, den Remaster. Worauf ich mich dann entsprechend am meisten freue, ist die Pfälzische Ludwigsbahn Mannheim-Kaiserslautern. Das wird auf jeden Fall eine coole Strecke. Ich denke mal, an Rollmaterial wird da nichts Neues dazukommen, weil da glaube ich nur Sachen fahren, die wir bereits schon haben an Rollmaterial. Aber lassen wir uns da überraschen. Aber Mannheim-Kaiserslautern ist ja dann, wenn ich richtig im Kopf habe, Mannheim ist Baden-Württemberg, oder? Das heißt also, wir hätten dann endlich auch mal eine baden-württembergische Strecke, auch wenn hier Pfälzisch leider falsch geschrieben ist. Hier fehlt ein S, aber egal. Dann haben wir noch Cardiff City Network als erste walisische Strecke. Das heißt also auch ein neues Land, das dazukommt. Die West Coast Mainline von Preston nach Carlyce. Und einer meiner absoluten Highlights von den neuen Strecken. Zwolle nach Groningen. Eine niederländische Strecke ist es soweit. Endlich kommt die erste niederländische Strecke in den TSW. Das wird einfach sehr, sehr cool. Wir gucken uns das Ganze nochmal an. Ja, das ist die MBTA-Strecke. Whatever. Das ist die Great Western Express Strecke. Fully remastered with an upgrade route. Also Great Western Express kriegt ein komplettes Remaster. Auch die ganzen Fahrzeuge werden angepasst. Und es gibt einen neuen Fahrplan. Ebenfalls mit dem Guard-Mode. Und etwas Blaues. Was auch immer das sein soll. Bia, Blue, man weiß es nicht. Zur West Coast Mainline von Preston nach Carlyce. 90 Meilen. Shep Summit, was auch immer das heißen soll. Und die Class 87. Das ist, glaube ich, die Strecke von Just Trains. Und hier zur Pfälzischen Ludwigsbahn. Hier steht es tatsächlich richtig. Pfälzisch mit SCH Mannheim-Kaiserslautern. Die Hügeln von Baden-Württemberg werden hier befahren. Es gibt Passagier-Services mit der lokalen S-Bahn nach, ja, bis hin zu meandernden ICE-Verkehren. Und die Strecke ist ungefähr so im Jahr 2010 gesettet. Vermutlich, weil man auch den modernen Verkehr dann jetzt nicht ganz abbilden kann. Dementsprechend der etwas ältere Stand der Strecke. Die erste walisische Strecke, Cardiff City Network, Diesel Multiple Units, also Diesel-Trieb-Züge, die dort unterwegs sein werden. Und die allererste Strecke in Wales und die allererste Strecke in den Niederlanden wird Zwolle nach Groningen sein. Es gibt sowohl den Schnell- als auch den Pendelverkehr. Und mit dazu geliefert wird dann der ikonische ICM-Kopploper. Heißt der so? Koppploper? Ich glaube schon. Und der moderne SNG-Sprinter, der Next Generation. Also auch sehr interessant, sehr viel neues Zeugs, was da mit dabei ist. Und wir gucken mal auf die Roadmap uns, die gucken wir uns jetzt mal zusammen an. Ja, also von Trains in World 5, das haben wir uns bereits angeguckt. Das ist hier links auf der Seite. Dann als nächstes Add-on in den nächsten drei Monaten MBTA-Commuter. Und dann in diesem rechten Bereich, da wissen wir noch nicht, wann das Ganze erscheinen wird, aber eben die Pfälzische Ludwigswahn-Bahn von Just Trains haben wir die West Coast Mainline, Cardiff City Network von DTG, genauso DTG für Zwolle-Grohling. Groningen-Tadami-Line von Union Workshop, eine neue Strecke von Alan Thompson, eine britische, denke ich mal, SimTrack-Bot immer noch an der BR-Class 104 und an einer deutschen Log. Dann haben wir Patches, und zwar der PC-Editor wird bald auch noch entsprechende Upgrades bekommen. Der neue Köln-Aachen-Fahrplan, der schon recht lange in Arbeit ist, wird auch noch irgendwann kommen, genauso wie die Eleven-Branch für Five Circle von Rivet Games. Gameplay-Packs ist von einem neuen Third-Party angekündigt für East Coast Mainline, ein Diesel-Pack von Athena Studios Simulation und das Santa Fe Gameplay-Pack von High Iron Simulation, auch das wissen wir schon länger, und das Remastered Great Western Express. Ich mag übrigens sehr dieses neue Format der Roadmap, das gefällt mir sehr, rein visuell gesehen, finde ich das irgendwie ganz schön und ansprechend. Wir gehen nochmal die einzelnen Packs durch für Trains in World 5, damit ihr auch Bescheid wisst. Das hier ist die Deluxe Edition, die ich euch jetzt hier zeige. In der Deluxe Edition ist die West Coast Mainline Frankfurt-Fulda und San Bernardino Line dabei. Als Deluxe-Lox, Flix-Train, BR-193, Avanti West Coast BR Class 390 und zusätzlich Cajon Pass. Genau, die Features, die sind alle überall da mit dabei. Ab dem 12. September, also praktisch fünf Tage Early Access, hat man dann die Möglichkeit, nachdem am 17. September erscheint dann die Vollversion, wenn man es so möchte. Und es gibt da Pre-Order und Loyalty-Discount, also mal gucken, wie sich das gestaltet. Dann gibt es die Special Edition, dort sind die besagten TSW-Strecken und das Ganze aus der Deluxe Edition mit dabei, also das, was wir schon kennen, plus zusätzlich die Bakerloo-Line, Kassel-Würzburg, New York-Trenton, London-Overground und Bremen-Oldenburg, ebenfalls der fünf Tage Early Access, der ebenfalls da mit dabei ist. Dann die Standard Edition, das sind nur die drei Strecken, die es eben gibt. West Coast Mainline Frankfurt-Fulda und San Bernardino. Das ist die Standard Edition und das Starter Pack ist for free. Achso, übrigens, das hätte ich vielleicht zu Beginn erwähnen sollen. Transit World wird kostenlos sein. Transit World 5 wird für die ersten drei Tage komplett kostenlos sein. Das funktioniert nämlich wie folgt. Wenn ihr in den ersten 30 Tagen von Transit World 5 euch über Steam, Playstation oder Xbox Transit World 5 holt, dann bekommt ihr praktisch dieses Core-Update kostenlos. Natürlich nicht die Strecken, die sind nicht mit dabei. Die Strecken, die müssen gekauft werden, das ist klar. Aber an sich, dass ihr Transit World 5 habt, inklusive der neuen Core-Updates, das ist kostenlos. Ihr müsst euch nicht das Spiel nochmal neu kaufen, anders als bei Transit World 4 oder Transit World 3 oder auch 2. Das müsst ihr euch nicht kaufen, sondern das Ganze ist tatsächlich kostenlos für 30 Tage. Ihr könnt auch übrigens, wenn ihr zum Beispiel Transit World 2 nur gespielt habt und jetzt auf Transit World 5 umsteigen wollt, könnt ihr ebenfalls dieses Update machen und zwar kostenlos. Und wenn ihr noch nie vorher Transit World 3 gespielt habt, könnt ihr euch ebenfalls das Databack kostenlos für die ersten 30 Tage in den ersten 30 Tagen holen. Es gehört euch dann für immer. Dann habt ihr halt eben das Training Center und die drei Logs, die ihr hier im Hintergrund seht. Und müsst ihr aber natürlich euch die Strecken dann dazu kaufen, wenn ihr dann eine andere Strecke haben wollt. Aber wie gesagt, lange gab es ja die Kritik beim TSW, dass das Core-Update ja auch Geld kostet und dass das lieber wie im Train Simulator sein sollte. Und das ist jetzt so für die ersten 30 Tage der Fall. Das heißt also, markiert das euch im Kalender. Selbst wenn ihr im Urlaub seid, macht irgendwie am Browser, am Handy oder so den Haken dahinter, dass das Ganze euch gehört. Und dann gehört euch das für immer. Genau, also das vielleicht als ganz, ganz wichtige Info. Hier steht es nochmal, for free upgrade your game to the latest version or begin a whole new journey with a free Starter Pack. Ihr habt dann eben den Training Center, Livery Designer, Free Roam, Formation Designer und Scenario Planner. Natürlich dann keine Strecken, wie gesagt, das müsst ihr dann kaufen. Aber an sich, Transit World 5 ist kostenlos für die ersten 30 Tage, was ich sehr, sehr cool finde. Hier nochmal so eine Übersicht, das könnt ihr euch gerne hier abstoppen und upscreenshotten. Wenn ihr die haben wollt. Und dann, genau, die Deluxe Edition wird 74,99 Euro kosten. Deluxe Edition, wie gesagt, hat die drei Strecken plus die entsprechenden Lock-DLCs, Vectron, Flix Train und Avanti West Coast Pendolino. So wie Cajon Pass kostet 74,99 Euro. Die Special Edition kostet 119,99 Euro. Da habt ihr halt eben die ganzen neun Strecken, das was in der Deluxe Edition dabei ist und noch zusätzlich vier, fünf weitere Strecken. Wenn die euch interessieren, dann holt euch das. Wenn nicht, dann lasst es halt. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel Kassel-Würzburg und Bremen-Ollenburg schon besitzt, dann ergibt das halt null Sinn, wenn ihr euch das holt. Nur weil da jetzt 120 steht, müsst ihr nicht aus den Wolken fallen. Ihr müsst euch das nicht holen. Ihr könnt euch nämlich einfach auch die Standard Edition holen. Da habt ihr nämlich dann einfach Frankfurt Fulda und die beiden anderen Strecken für 44,99 Euro. Genau. Dann Transom World VR. Ich weiß jetzt nicht, was im Stream dazu gesagt wurde. Deshalb lasse ich das hier einfach unkommentiert stehen. VR New York. Es wird wohl eine Virtual Reality Variante geben von Transom World. Was das genau beinhalten wird, werden wir dann mit der Zeit sehen. Aber VR ist im Kommen anscheinend, was TSV angeht. Und zum Schluss Transom World Tycoon. Das ist die Roblox-Variante von TSV für die besonders jungen Spielerinnen und Spieler. Genau, aber das kommt irgendwann in diesem Jahr. Dazu gibt es aber... Achso, genau. Das Tolle ist, das ist Free-to-Play. For players of all ages with a Roblox-Account. Das ist also kostenlos. Einfach kostenlos. Und dann schauen wir wieder, wie sich das Ganze ausgestaltet. Wenn man erwachsen ist und sich nicht dafür interessiert, dann kann man sich auch einfach dafür nicht interessieren. Ist auch vollkommen fein. Ich interessiere mich auch nicht dafür. Hier nochmal der Livestream-Kalender. Also heute, ne? Roadmap. 29. August gibt es dann den nächsten Stream. 11. September. Merkt euch das vor. Frankfurt Fulda Preview. 17. September der Launch. Launch Day am 12. September schon das Ganze vorab. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet... Ja, es war hilfreich, das Video heute. Lasst gerne eure Gedanken da zu TSV 5 und zu den ganzen Strecken und dazu, dass es kostenlos ist und so weiter und so fort. Bis dahin, alles Gute und alles Liebe. Macht's gut. Ciao, ciao.